Hallo, hier ist Jutta vom Shoppingkanal. Ich wollte euch kurz berichten, es gibt jetzt auch in meinem Textilshop, den habe ich in der Beschreibung verlinkt, die FFP2-Masken. Zeige ich euch gerade mal. Das sind Original-FFP2-Masken mit einer CE-Nummer, vierstellig. Die Filterwirkung liegt bei 95%, also es sind sehr hochwertige, mit fünf Schichten. Und die Kosten, schaue ich gerade mal, die Kosten 39,72 Euro, die sind ganz neu reingekommen, jetzt weiß ich nicht, ich schaue gerade mal, 25 Stück sind da drin. Also da kann man nichts sagen, 25 Stück für 39,72. Das ist ein super Preis. Zeigst du euch nochmal eben hier im Foto? Die ist ganz neu reingekommen. Also schnell zugreifen. In Klärung, also im Moment, ja die kommen aber jetzt, ne? Die könnt ihr dann bestellen, könnt ihr schon mal auf Vorrat bestellen. Ja, das ist eine große Neuigkeit. Und dann wollte ich euch Highlights aus der Kollektion zeigen. Und zwar von Fruit of the Loom. Jetzt habe ich Fruit of the Loom eingegeben und es tauchen jede Menge Artikel auf, die nicht von Fruit of the Loom sind. Ich wollte euch die beliebtesten T-Shirts zeigen. Muss ich selber nochmal eben gucken. Dann suchen wir die anders. Dann gehen wir unter Basic T-Shirts, unter Rundhals. Und dann finde ich, ja hier zum Beispiel das Ladies Value White Tea. Das ist ein ganz beliebter Artikel. Der ist auch etwas enger geschnitten, hat eine feminine Passform. Und den gibt es, der ist 40 Grad waschbar. Ist auch Ökotext zertifiziert und 100% Baumwolle. Und den gibt es in den vielen, vielen Farben. Größentabelle ist auch dabei. Und da kostet das Stück 4,03 Euro. Den gibt es von XS bis XXL. Also 2XL. Das kann ich euch nur empfehlen, das T-Shirt. Dann zeige ich euch das andere. Das suche ich gerade mal eben. Das Value White Tea, das hatten wir. Das hier ist auch gut. Das Iconic Tea. Das ist ganz neu jetzt von Fruit of the Loom. Auch 100% Baumwolle. Ökotext zertifiziert. Kurzarm. Pastel. Und das gibt es eben auch in den ganzen Farben. Das kostet 3,98 Euro. Bis 2XL. Und es gibt sogar bis 5XL. Da kostet das 5,62 Euro. Also die Preise sind echt spitze. Schauen wir noch mal weiter. Auf Seite 4. Sind sowieso jede Menge T-Shirts zur Auswahl hier. Aber ich suche noch ein ganz bestimmtes. Das F-103. Ne, das wollte ich gar nicht. Aber das ist auch toll. Das kostet 3,98 Euro. Das hatte ich ja gerade. Das hier, das F-140 Value White Tea. Das kostet 4,03 Euro und in 3XL 5,73 Euro. Das gibt es auch in einer riesen Auswahl an Farben. Das ist 40 Grad waschbar, trockener, geeignet, bügeln erlaubt. Ökotext zertifiziert, 100% Baumwolle. Da könnt ihr richtig nach Herzenslust zuschlagen. Also die T-Shirts sind klasse. Das sind auch echte Klassiker mittlerweile. Könnt ihr euch ja hier ein bisschen größer mal anschauen. Also die sind toll. Ja gut. Das war es heute. Die T-Shirts. Es wird ja bald ein bisschen wärmer. Hoffe ich. Ja es soll ja zum Wochenende 20 Grad werden im Westen sogar. Und wie gesagt, ab 50 Euro kostenlose Lieferung. Bei Avon gilt ab heute exklusiv und limitiert. Diese Highlights. Da könnt ihr 50% sparen. Wenn ihr das im Set, vierteiliges Set 12,59 Euro und hier so ein Make-up Set für 15,99 Euro. Einfach hier in die Produktdetailseite reingehen. Da seht ihr dann das ganze Programm. Das ist der Schein-Nagellack, der Glimmerstick, der Lippenkonturenstick, Lipgloss und der Make-up-Beutel. Und die Farben könnt ihr euch hier aussuchen. Da spart ihr 27,01 Euro und dann einfach zum Warenkorb hinzufügen. Das ist das Körperpeeling, das Duschgel, Feuchtigkeitsspende-Creme und eine Feuchtigkeitspflege. Das spart ihr 12,41 Euro. Einfach zum Warenkorb hinzufügen und dann kann ich die Bestellung bearbeiten. Wie gesagt, hier steht, nur solange der Vorrat reicht. Gehen wir nochmal zurück hier. Nur solange der Vorrat reicht. Also da müsst ihr schnell sein. Die Sachen sind immer sehr schnell ausverkauft. Gut, und bei Jesper Nilsen empfehle ich euch, dass ihr euch noch kostenlos als Botschafter anmeldet. Dann bekommt ihr den Schmuck immer etwas günstiger und könnt euch auch ein Netzwerk aufbauen. Baut ihr euch euer eigenes Schmuck-Business auf. Das gilt noch den ganzen Februar. Einfach hier auf Botschafter werden klicken. Euer Land auswählen. Da gibt es jede Menge Länder. Ich nehme jetzt mal Deutschland. Und dann füllt ihr einfach die Daten hier aus. Und ganz wichtig, hier unten das Junior Lizenzpaket anklicken. Dann bekommt ihr freien Zugang zu dem personalisierten Online-Shop. Und dann könnt ihr Schmuck kaufen und verkaufen. Wichtig ist dabei, dass ihr ein kleines Produkt, egal was, gehen wir nochmal zurück. Dass ihr euch ein kleines Produkt aus dem Shop bestellt, damit ihr dauerhaft registriert, kostenlos registriert bleibt. Weil sonst kann es passieren, dass ihr nach einem Monat wieder rausfliegt, weil ihr keine Bestellung gemacht habt. Ihr könnt euch ja einen schönen O-Ring bestellen. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Hier zum Beispiel die O-Ringe. Pink Pompom für 14,29 Euro. Das würde schon reichen, damit ihr dauerhaft bestehen bleibt im Account. Aber die sind auch schön mit dem Stern hier für 21,43 Euro. Oder ganz klassisch die Hobbes für 14,29 Euro. Schön sind natürlich auch hier Baum des Lebens für 28,57 Euro. Ja, stippert mal ein bisschen. Okay, das war's für heute erstmal. Bis dann. Tschüss.